Hallo Chef, guten Morgen. Chef, ich habe ein Problem gehabt. Ich habe im Urlaub viel zugenommen. Mindestens 5-6 Kilo. Und jetzt mache ich bei mir Sorgen, wenn ich wieder zurück in Deutschland, ob ich auf Baustelle so gut und schnell arbeite. Deswegen gedacht, vielleicht am besten, wenn ich gleich in einem Fitnessstudio komme, so einen Vertrag mache und jeden Tag zwei Stunden trainieren, dass ich wieder abnehme und diese Form zurückbekomme. Du bessere Ideen haben. Okay, Chef, was für Ideen? Bei dir im Lager gab es Stapler kaputt. Okay, und dann? Du viele Sachen haben, die man hochlüpfen muss. Okay, okay. Und ich soll diese machen, besser als Fitnessstudio. Also, hast du recht, Chef. Genau da muss ich den Lauch und den Auh abnehmen. Bravo, Chef, bravo. Und muss gar nichts zahlen, dieses. Super. Kostenlos jeden Tag zwei Stunden. Vielen Dank, Chef. Vielen, vielen Dank. Chef, kann ich was fragen bei dir? Warum du immer so helfen bei mir? Jedes Mal du helfen. Egal, was für Probleme ich habe. Weil ich auch korrekt zu dir immer. Okay, Chef, vielen Dank, dieses große Kompliment bei mir. Bis bald, Chef. Ciao.